hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play final fantasy 14 mit 11 best win ja wir haben das letzte mal die 1000 löcher von totorak gemacht und die älteste der sylphen befreit und jetzt schauen wir doch was buskaron dazu noch zu sagen hat da bist du ja wieder und hast du die älteste der sylphen gefunden da hast du ja einiges erlebt aber es hat ja noch mal ein gutes ende genommen ich werde der bruderschaft direkt von deinen großtaten berichten oder was meinst du jetzt können wir endlich mit dem sylphen verhandeln du solltest aber gleich zur sylphen zuflucht laufen das hat fix jedoch gesagt vielen dank für alles ich hoffe du schaust bald wieder vorbei ich werde stets einen guten tropfen für dich bereithalten hast du vor gleich jetzt zur sylphen zuflucht zu gehen könntest du etwas für mich mitnehmen zur sicheren rückkehr ihrer ältesten möchte ich den sylphen etwas schenken außerdem will ich meine hoffnung ausdrücken dass wir weiterhin in freundschaft verbunden bleiben schließlich sind wir gemissermaßen nachbarn seit der katastrophe hat sich der wald stark verändert die gebiete sind geschwächt bis das gleichgewicht wieder hergestellt ist müssen alle freiheitsliebenden wesen des waldes zusammenhalten nur wenn wir dann ja und sylphen zusammenarbeiten können wir den wald beschützen das geschenk soll ein zeichen unserer verbundenheit sein das habe ich jetzt hier als geschenk bekommen ein dann gehen wir doch gleich mal zur jagdhütte der hornhorns zurück die sylphen sind gleich da vorne die laufende bringt den unsrigen ein geschenk aus dem horst ja hier ach seh mal rosenöl bitte sehr oh solch einen lieblichen duft hat die meinige noch nie gerochen der seinige aus dem horst und die laufende sind sehr freundlich die meinige ist sehr erfreut und dankbar den unsrigen fällt es nicht leicht den eurigen zu vertrauen viel unheil luk und trug mussten die unsrigen ertragen doch die meinige ist gerührt und vertraut den eurigen die unsrigen und die eurigen sollen in freundschaft verbunden sein ja hier ist komplex oh die deinige ist gekommen die meinige wird die ältigste rufen ältigste frixius besuch es da oh abenteuerige in toto rack hat die deinige sehr sehr geholfen so treffen wir uns also schon wieder elbe bestwim und die beidrigen haben nur raxia geholfen vielen vielen dank nicht der rede wert aber wieso wart ihr eigentlich an jedem ort vor einiger zeit sind im wald die gemeinigen galea aufgetaucht die unsrigen wollten den grund dafür finden deswegen beobachteten wir die stört stört friedigen aber die metalligen entdeckten die unsrigen und die unsrigen mussten fliehen und waren plötzlich im südwald die unsrigen atemlosigen haben sich in den tiefigen höhlen von todorak versteckt aber ein düstiger mit einer maske wollte die unsrigen an monstrige verfüttern ein düstiger mit schwarzem umhang und maske wenn das nicht ja es besteht kein zweifel hört zu frixius wir sind als gesamte aus glidania hier ah die eurigen fürchten sich also vor dem großigen ramu äh ja so könnte man das ganz verkürzt ausdrücken aber versteht uns richtig wir kommen in frieden ja und ihr habt schon einmal ramu beschworen und seither machen sich die leute ein bisschen sorgen ich meine nicht dass wir euch etwas unterstellen wollen aber kane sena ist eine gutige die unsrigen wissen dass sie nichts finstriges im sinne hat dass die unsrigen ramu gerufen haben hatte einen grund im wald gehen die metalligen um und die unsrigen wollten sie vertreiben aber wenn ramu herabsteigt dann werden unsrige köpfe verwirrt wie wenn sie nur lehrige blätter wären und ramu drinnen wohnt die unsrigen in dieser zuflucht sind dagegen dass die finstrigen sylphen ramu beschwören ganz schön beeindruckend dieser bart von ramu die unsrigen wollen die von ramu verwirrigen retten aber wie ramu ist ein beschütziger guter auch wenn die unsrigen ihn gerufen haben solange die eurigen nicht in unsrige gebiete kommen wird nichts schlechtes geschehen die unsrigen wollen keinen krieg mit gridania deswegen bitten wir die eurigen um zeit die von ramu beeinflussten sylphen können sich seiner macht nicht entziehen und da ramu ein schutzgott ist der sein gebiet mit aller kraft behütet werden auch sie keinen millialen weichen und wenn jemand zu nahe kommt schrecken sie von nichts zurück aber wieso sollten sie die sylphen aus der zuflucht entführen wollen wahrscheinlich um sie wieder einzugliedern und ramu zu stärken jedenfalls hat der prima und die von ihnen beeinflussten ganz verschiedene besonderheiten wir können sie nicht einfach unbesehen angreifen kurz was trinken frixio wir haben verstanden was euch sylphen bewegt die botschaft wird auch die gridania erleichtert aufatmen lassen hier dasjenige ist eine schrift mit den regeln und gedanken der unsrigen gibt es den eurigen und die eurigen werden noch besser verstehen das ist wirklich sehr hilfreich vielen dank toll wie ungänglich und verständnisvoll frixio ist da könntest du dir ruhig ein scheibchen abschneiden mein lieber dass du was von verständnis faselst ida er will best win wir machen uns auf den weg zum sonnenwind und berichten mit filia dass der dialog mit den sylphen so erfolgreich war ist dein verdienst deswegen steht es auch dir zu diese schriftrolle an die bruderschaft der morgenlieper zu überbringen frixio wir danken euch für alles euer verständnis hat eosea den frieden ein stück näher gebracht auch die unsrigen danken sehr mögen die friedigen letztlich siegen abenteuerige warte die erleichterigen mögen möchten der hilfreichigen ein geschenk geben dieser blitzige kristall von damals als ramu ist von damals als ramu zu den unsrigen gekommen ist oh oh Na also, da haben wir jetzt den dritten Lichtkristall. Drei weitere werden wohl folgen. Oh, die meinige wusste es, eine erwähltige. Bestimmt wird die deinige von einem großen Schicksal erwartet. Der Kristall von Laramu hat einen hellen Schein in der deinigen erweckt. Einmal wird er etwas ganz Besonderes bewirken. Bis dahin soll die Anvertrautige ihn sicher bewahren. Und die meinige hat eine Bitte. Auf dem Rückweg nach Gredania soll die Dankenswertige die finstrigen Sylphen besuchen. Auch wenn die finstrigen von Laramu beeinflusst sind, bleiben dieselbigen im Sylphenland. Deswegen müssen die Bewohnigen von Gredania nicht gegen die finstrigen kämpfen. Die hilfreichige soll selbst sehen. Die meinige markiert auf der Karte, wohin die tapftige gehen muss. Dann werden keine Monstrigen den Weg versperren. Dann werden wir mit einem kleinen Abstecher da hinten hinter diese Brücke. Dann spähen wir doch mal. Du siehst besessenes Sylphen in einiger Entfernung. Sie stellen offensichtlich keine Gefahr dar, solange du dich nicht zu tief in ihr Gebiet reindringst. Okay, das war's. Weiter gehen wir da nicht rein. Die Mobster sind noch ein bisschen zu hoch für uns. Und dann geht's nach Gredania. Da hinten haben wir dann schon Varsail. Ah, wenn das nicht Elbe-Bestwin ist. Wie ist dein Treffen mit dem Sylphen verlaufen? Ja, hier, Brief von der Ältesten. Eine Botschaft von der Ältesten, äh, von der Sylphen Ältesten selbst. Lass mich gleich sehen. Dann wollen die Sylphen also keinen Konflikt und haben auch nicht vor, Ramuh zu beschwören? Und sogar die von Ramuh beeinflussten Sylphen werden uns nichts tun, solange wir unsererseits nichts gegen sie unternehmen. Dann werden wir natürlich davon absehen, gegen die Sylphen vorzugehen. Was für eine Erleichterung. Bleibt nur zu hoffen, dass das auch alles stimmt. Ich werde Kanesena jedenfalls sofort die Schriftrolle zeigen und berichten. Vielen Dank für deine Dienste, Elbe-Bestwin. Du hast einen großartigen Beitrag zum Frieden in Gredania geleistet. Hast du in der Angelegenheit mit den Sylphen Einfühlungsvermögen und einen wachen Verstand bewiesen? Die älteste Saatseherin hat sich überaus zufrieden mit dem Ausgang der Dinge gezeigt. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Die gütige Kanesena wird ihre Anstrengungen nun darauf richten, die von den Prima-Ramuh besessenen Sylphen zu heilen. Die unbeeinflussten Bewohner der Zufrucht wollen sie dabei unterstützen. Ich bin guter Dinge, dass man einen Weg finden wird, den Betroffenen zu helfen. Wir sind dem Bund der Morgenröte und natürlich dir über alle Maßen dankbar. Bitte richte auch Minfilia unsere Verbundenheit aus. Elbe, kannst du mich hören? Ich bin es, Minfilia. Ida und Papa Limo haben mir alles berichtet. Ihr konntet eine Eskalation des Konflikts mit den Sylphen verhindern. Das sind gute Nachrichten. Nun brauchen wir weder zu befürchten, dass die Sylphen Ramuh beschwören, noch dass die Bruderschaft der Morgenweeper gegen den wilden Stamm in den Krieg zieht. Das ist äußerst beruhigend. Ich wäre dir dankbar, wenn du für eine Besprechung der aktuellen Lage einmal im Sonnenwind vorbeischauen könntest. Wir erwarten dich hier, Elbe. Na gut. Camp Horizont, ich komme. Ich bin es, keine Ahnung. So weit. Tatoru ist ja draußen. Ich sollte ihn und wieder mal doch sein Questlog lesen. Willkommen zurück, Elvip. Danke für deine Hilfe in der Sache mit Ramuh. Du hast dem Bund der Morgenröte alle Ehre gemacht, wie ich gehört habe. Lüblich, lüblich. Winfilia erwartet dich im Saal der Morgenröte. Und jetzt geht's doch wieder in den Saal der Morgenröte. Wie ich gehört habe, brauchen wir unserem Ramuh erst einmal keine Sorgen mehr zu machen. Ganz recht. Die Gefahr ist zwar noch nicht völlig gebannt, aber fürs Erste sollten wir unsere Ruhe vor ihm haben. Das ist beruhigend zu wissen. Doch sag, gibt es Neues von unserem maskierten Freund? Daran kümmert sich Tankred. Wie wir dachten, sind sie einer von vielen zugleich. Welche Ziele sie verfolgen, wissen wir aber noch nicht. Ich verstehe. Ach übrigens, wo ist eigentlich Alizé? Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Meine Schwester will die Probleme auf ihre Art angehen. Ich glaube, sie braucht noch etwas Zeit, um die siebte Katastrophe vollständig zu verwinden. Aber keine Sorge, sie ist weiterhin auf unserer Seite. Nun denn, ich habe den Bericht von Valesians Gelehrten bei dir abgeliefert. Jetzt warten neue Aufgaben auf mich. Wenn du mich bitte entschuldigst. Wir werden diese Angelegenheit wie geplant weiterverfolgen, oder? Selbstverständlich. Erlbib, du bist schon zurück? Das ging aber schnell. Es ist schön, dich wieder bei uns zu haben. Ich bin ja so froh, dass wir eine gewaltsame Auseinandersetzung verhindern konnten. Ohne dich wäre das niemals möglich gewesen. Vor den Primae, Ifrid und Ramu hätten wir damit für die nächste Zeit nichts zu befürchten. Wie schön, dass die Sylphen mit sich reden ließen. Wer ist der nächste Primae? Die Sahagin und Leviathan? Ihr Primae, Leviathan, scheint auf die Rufe seiner Anhänger in jüngster Zeit nicht viel zu geben. Das treibt die Fischköpfe natürlich nur dazu an, es umso häufiger zu versuchen. Leviathan ist für seinen unersättlichen Ätherhunger bekannt. Vermutlich ist es den Sahagin noch nicht gelungen, genügend Kristalle aufzutreiben. Ich denke, wir können sie fürs erste ruhigen Gewissens ignorieren. Fürs erste, ja. Ob Ramu oder Leviathan, die Motive der wilden Stämme sind unergründlich und ihr Handeln entzieht sich unserer Kontrolle. Niemand kann sagen, wann und wo wir ihnen und ihren Göttern gegenübertreten müssen. Wir sollten daher weiter unsere Pläne verfolgen, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Die Konfrontation ist unausweichlich und nur eine Frage der Zeit. Und was ist mit dem Primae der Kobolde? Mit Titan? Mit der Observation der Kobolde ist derzeit der Mahlstrom aus Limsa-Lominsa beschäftigt. Sicher werden wir schon bald von ihm hören. Einen weiteren Primae gibt es allerdings noch, meine Freunde. Ja, genau. Garuda. Die habe ich eigentlich gemeint. Sie ist der Primae der Ixal, die in Gridania leben. Dass ich sie mit Leviathan verwechseln konnte. Was einmal wieder vor Augen führt, wie weitläufig Eosea eigentlich ist. Kein Wunder, wenn man da die Nadel im Heuhaufen nicht findet. Gäbe es doch nur einen Weg, der uns das langwierige Suchen ersparen würde. Wäre er doch noch bei uns in dieser Stunde. Er wüsste bestimmt einen Rat. Ja? Wo steckt der Chef eigentlich? Das frage ich mich auch. Nun, wie auch immer. Unsere aktuelle Mission war jedenfalls ein voller Erfolg. Das sollten wir feiern. Die Bruderschaft und der Rat der Saatseher höchstselbst werden ein wachsames Augen auf die Sylphen haben. Wenn sich dort etwas tut, erfahren wir es sofort. Also meine Freunde, ruht euch erst einmal aus von den vergangenen Strapazen. Ihr habt es euch redlich verdient. Was ist Elbem? Bist du denn gar nicht müde? Ein Mann in einer schwarzen Robe mit einer roten Maske, sagst du? Und er nannte sich ganz sicher La Habrea? Aschian La Habrea? Aber warum? Bis zur siebten Katastrophe sind wir nie von den Aschians behelligt worden. Warum erscheinen sie ausgerechnet jetzt auf der Bildfläche? Sicher werden die staatlichen Gesellschaften schon bald wegen der Prima sich an uns wenden. Aber bis dahin sollten wir die Zeit nutzen, um alles über La Habrea herauszufinden. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Was geht da vor? Eine Sylphe? Endlich hat die Meinige die Deinige gefunden. Die Eltigse Frixio hat die Meinige gebeten, der Deinigen und den Laufenden zu helfen. Die Meinige wird der Abenteurige eine große Hilfe sein. Die Kleinige hingegen. Die Kleinige sollte eine Besuchige nicht so unfreundlich begrüßen. Das gehört sich nicht. Kommt nicht wieder vor, ich verspreche es. Also gut. Schnell noch zum Infilie und die Quest abschließen. Tataru hat mir mit ihrem Gekreische einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Dabei sollten wir eigentlich jubeln, dass der Bund der Morgenröte eine neue Verbündete gewonnen hat. Erst haben sich die Völker die Hände gereicht. Jetzt schließen sich auch die wilden Stämme unseren Reihen an. Saghaft zwar, aber es ist ein Anfang. Die Sylphe ist ein erfreuliches Zeichen dafür, dass Eosea dem Frieden wieder ein kleines Stückchen näher gekommen ist. Doch die Aschians wollen sich unseren Glück in den Weg stellen. Finsternis, die selbst die Schatten verschluckt. Sollten sie sich tatsächlich so offen zeigen? Wir dürfen diese besorgungserregende Entwicklung nicht ignorieren. Jo, und damit bin ich ein Sylphenfreund von der Errungenschaft und Level 28 geworden. Und ja, beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine Klassenquest, bevor uns Winfilia einen neuen Auftrag gibt. Bis dann, macht's gut.